hallo und herzlich willkommen zu einer zwischen dritten folge hot sky wo sind wir stehen geblieben müssen erde machen ich habe jetzt hier alle extra töne ausgeschalten die nicht dazugehören so erde müsste auch fertig sein aber gleich neue machen Was war uns heute? Hä? Jetzt haben wir ihn gern mal. Vielleicht kann er wozu ich den hier gebaut hatte. Das ist auch ein bisschen schön, ihr seht hier. Der Haken ist ein kleiner Monster. Packen wir den jetzt auch drauf. Das sind jetzt endlich... Wichtiges. Ach boah. Das ist nachher der Ohrmeiner. Wie der gebaut wird. Also eigentlich unwichtig. So, nehmen wir den gleich mit. Können wir gleich durchziehen. Das sind fertig. ... 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 Da ist es im Hintern. Gut, oder auch nicht. So, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. So, das machen wir gleich mal in Massen auf der Erde. Jetzt sollte es ja funktionieren, dass nicht der ganze Mist runterfällt. So. Aber eh die, massenhaft eh die. Weiß mal, da ist massenhaft. Ein bisschen auf jeden Fall. So. Hier machen wir erst mal, dass er durch sieben. So. 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 kriegen wir jetzt noch mehr Eisen. Hunger. So. 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 Das heißt gerade mal, dass... ...viermal... Hm, viermal, siebenmal brauchen wir alleine. ... 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 die ich hier hingesetzt hatte, um mich hochbauen zu können. Ich werde das in der nächsten Folge mal ein bisschen vorbauen, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Vielleicht auch mal ein bisschen Holz anpflanzen. Ich bin so froh, wenn wir unsere Kerbistelmaschinen besitzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Lalalalalala Holz Holz Gib mir Holz Holz Immer Holz Holz Immer Holz Das Problem ist es Und zwar Jetzt hier erstmal am Anfang durchspielen Das ist aber wirklich Fehler weil wir haben kein Strom Also wir können dies automatisieren Wieder ernten, noch pflanzen Noch kaputt machen Das wird noch feine Handarbeit Wie im wirklichen Leben So Jetzt hoffen wir Dass die Kinder Ja, hier haben wir noch eine So, wie viel Eisen haben wir denn überhaupt jetzt Hier haben wir eine schwere schon raus Wir haben gerade mal ein Eisen Ja, ein einzigen Ja, ein einzigen Würmer Die können wir auch kompostieren Jetzt können wir gleich wieder durchsen So, wenn geregnet hat es auch noch nicht Also zack Äpfel können wir auch mal wandern Ist voll Ist voll, können wir also auch nach Erde raus Lohnt sich Auf jeden Fall Auf jeden Fall geht es schneller Wenn wir jetzt endlich An der Schere kommen Da kommt viel mehr raus Wenn wir Die Erde aus Glättern machen 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 Ich kann nie gerade was rauskamen Wenn ich jetzt dieses Diesen Bruchstein durchsiebe Äh, diesen Kies durchsiebe Oder jeden Knochen mehr Was ich auch brauche Komm nicht drum herum Um das diese Art und Weise zu machen Nein Gut Was heißt nein Kann man die Erde nicht ändern gerade Wir haben zwei Eisen zusammen Also Sand kommt auch äh Ja Auch Sand kommt jetzt auch raus Auch Sand kommt jetzt auch raus Jut Ja Auch Sand kommt jetzt auch raus noch schlafen denkst du gleich ist mensch schlafen wir gerade gar nicht gut finde ich schon zu schluss ich schaue heute wenigstens diejenigen zu machen gut dann mache ich die aufs kling ich muss jetzt noch eine kabelstunde machen Oh nein, ich glaube, dass wir alle legbar auf den Nächsten wollen. Oh, alle drin hier. Weil wir brauchen jetzt Vieh die Erde. Jetzt sage ich auch Steine, warum? Äh... What a... Shit. Ich habe also meine Wanzen zuerst mal entsorgt. Wie gut, dass wir da unten noch zwei Eicheln haben. Und damit können wir hier neu ziehen. Dachte ich schon nicht, dachte ich schon nicht Angst. So, Leute. Wir liegen jetzt bei 28 Minuten. Ich will die 30 Minuten nicht überziehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Gute Nacht. Je nachdem, wie ihr es seht. Und wir sehen uns zur fünften Folge. Nein. Auf der vierten Folge wieder. Bye-bye. Ciao, ciao. Ich bin Ruahus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.